Salvete des Kipoli Hier ist Juno und ich möchte euch heute mit den Virtutes, also den zentralen Begriffen der römischen Gesellschaft und des römischen Denkens, vertraut machen. Ich werde euch heute die wichtigsten Virtutes, also die Tugenden im alten Rom, näher vorstellen. Dazu wollen wir zuerst einmal diese sammeln. Zu diesen Virtutes gehören unter anderem die Virtus, Pietas, Fides, Justitia, Equitas, Humanitas, Sapientia, Libertas, Pax und Modestia. Was diese Begriffe nun genau im Einzelnen bedeuten, stelle ich euch hier vor. Wir beginnen mit dem Begriff der Virtus. Die Virtus ist die im antiken Rom göttlich verehrte Personifikation der soldatischen Tapferkeit. Als Vokabel bedeutet Virtus Tugend und Mut. Damit ist aber stets die Tugend und die Tapferkeit des Soldaten verbunden. Virtus ist abzuleiten von Wirre und umfasst die den Mann besonders auszeichnenden Eigenschaften, Kraft und Tapferkeit. Virtus ist also der Inbegriff der Männlichkeit. Da das Soldatsein im Kriege den Mann von der Frau unterscheidet, wird Virtus zum Inbegriff der militärischen Tugend mit allem, was dazugehört. Wie zum Beispiel körperlicher Leistungsfähigkeit, persönlicher Mut, Disziplin, Befehlen und Gehorchenkönnen, Ausdauer in Niederlagen und Mäßigung im Siegen. Als nächstes betrachten wir Fides. Mit Fides ist das treue Verhältnis zwischen Klient und Patron gemeint. Ein Klient war ein römischer Bürger, der sich unter den Schutz eines ranghohen Aristokraten begab. Der Patron sorgte für die wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit seiner Klientel. Der Klient unterstützte dafür seinen Patron, vor allem auf politischem Gebiet, indem er seine Stimme dem Patron gab. Dieses gegenseitige Verhältnis wurde also Fides genannt. Fides ist die Verpflichtung zu einer sittlichen Bindung und so das Vertrauen eines anderen begründet. Sie kann als wechselseitige Redlichkeit umschrieben werden. Der Begriff Pietas bedeutet Frömmigkeit. Dies beschreibt das Verhältnis zwischen den Römern und ihrer Religion und den Göttern. Pietas bezeichnet aber auch das Pflichtgefühl gegenüber Eltern, Kindern, Verwandten und auch dem Staat. Man hatte sich stets fromm zu verhalten. Dieses verpflichtende Element war ein sehr wichtiger Bestandteil der römischen Denkweise. Ein weiterer Begriff ist die Justitia, also die Gerechtigkeit. Justitia war die Personifikation dieser Gerechtigkeit. Im alten Rom steht sie für die ausgleichende Gerechtigkeit. Es sollte also stets gerecht zugehen und vor allem auch bei Gericht recht gesprochen werden. Eng mit der Justitia verbunden ist die Äquitas. Dies bedeutet Gleichheit, Gleichmaß, Gelassenheit und Gleichmut. Äquitas bezeichnete die ausgleichende Gerechtigkeit und Billigkeit, ein wichtiges Prinzip im römischen Recht. Auf Darstellungen hält sie eine Waage, ein Füllhorn und ein Zepter. Als persönliche Tugend bezeichnet Äquitas den Gleichmut. Ein Römer sollte auch in äußerst kritischen oder auffühlenden Situationen die Würde bewahren. Der lateinische Begriff Humanitas bezeichnet allgemein das Menschsein sowie die Normen und Verhaltensweisen, die den Menschen überhaupt erst ausmachen. Cicero zum Beispiel beschreibt Humanitas unter anderem sowohl als die Möglichkeit als auch die Beschränkungen des Menschen, die diesen damit vom Tier unterscheiden. Der Wertbegriff wurde von römischen Autoren auch oft als Synonym für sittliche und geistige Bildung verwendet. Der Begriff der Sapientia steht im Lateinischen für verschiedene Bereiche. Zum einen für die Einsicht, etwas nachträglich zu verstehen. Dann generell die Klugheit und der Verstand eines Menschen. Zudem steht es aber auch umfassend für den Begriff der Weisheit. Es kann auch einfach nur für Wissen gebraucht werden. Mit Libertas der Freiheit ist ursprünglich neben Kivitas und Familia die Voraussetzung für die persönliche Rechtsfähigkeit des Menschen. Auch zu den Virtutes gehört Pax, dies ist lateinisch für Frieden. Der Wortstamm verweist darauf, dass eine Pax in römischer Auffassung nicht ein bloßer Nichtkrieg war, sondern stets Ergebnis eines Vertrages. Pax in Kombination mit Reichs- oder Völkernamen steht für ein weiträumiges Konzept der Befriedung durch weltanschauliche Macht und politische Beeinflussung durch den Namensgeber. Nun wollen wir als letzten Begriff die Modestia betrachten. Dies beschreibt die Bescheidenheit sowie die Mäßigung eines Menschen. Modestia galt sowohl im Krieg als auch als Herrscher. Aber auch im persönlichen Alltag sollte sich ein Römer bescheiden verhalten. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über die wichtigsten Virtutes der Römer näher bringen und gut erläutern. Bis bald, eure Juno Raub Ditung 2 3 4 4 4 7 6 8 8 9 8